2 3 4 4 5 5 5 1 2 1 2 1 2 1 1 Welche Boxtechnik? Die 13 Oder? Ich nehme die mal mehr Also, was ihr macht ist, ihr geht hier raus und ihr geht hier mit der Bogen durch Ihr könnt es aber so machen, dass ihr versucht die Hand anzuhalten Ich kann es mal so sagen, wenn ihr hier rumtippt Das ist nicht 1 2 2 2 Ok? Probier doch mal, jetzt kommen die Anfänger Einfach mit der Komfort Hier, die Melbo Handgelenk, die ihr irgendwo kommen willst Egal, das ist über die 14 Ok? Notfall, durch die Hand durch Wacke Ok? 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 2